Guten Morgen allerseits, es ist jetzt Dienstag, der 20.04. morgens, 7.44 Uhr. Ich trage den Rollkragenpulli einfach, um etwas intellektueller auszusehen. Ich war jetzt eben kurz bei der Schule unten, Max Born, und hatte da das Bildungspaket in Anführungszeichen in den Eingangsbereich gelegt, vorher meine FFP2-Maske angezogen, ganz vorbildlich, ganz bewusst aufgezogen und dann rein abgestellt, habe die Aufsicht gemustert und habe dann mit ihr gesprochen und das wollte ich eben noch weiter teilen. Das fand ich jetzt nämlich auch ganz interessant. Also ich bin erst mal froh, dass das Teil einfach da abgestellt ist im Bereich. Das heißt, jeder, der durch den Eingang reinkommt, sieht das eigentlich. Also viele sind auch daran vorbeigelaufen. Und ich denke auf jeden Fall, dass es gut war, das da hinzutun, sonst, das war ja auch der Plan, das zu tun. Und ich habe mir ja auch was dabei gedacht. Also ob da jetzt was mitgenommen wird, ist halt die eine Sache, ob da jemand was von gebrauchen kann. Aber gerade Locher, es sind ja zwei Locher mit drin, kann man bestimmt immer im Klassenraum gebrauchen, um Arbeitsblätter zu lochen. Da gibt es ja öfter, dass ein Klassenraum keine Locher hat. Also gerade die könnten schon nützlich werden. Aber auch diese geistigen Inhalte, dass man gegen Menschen auch sorgfältig behandeln sollte. Und das mit dem LG-Moralapostel ist ja nochmal ein kleiner Witz dabei. Weil, auch wenn man das dann nicht einfach befolgt, und vielleicht dann doch nicht lieb ist und andere ärgert oder mobbt. Trotzdem glaube ich auch, egal, wenn es schon jemand gelesen hat, immerhin ist es dann schon mal irgendwie im Kopf angekommen. Und vielleicht müsste ich einfach so diese Nachrichten noch viel öfter irgendwo verteilen. Und je öfter man das liest, und an verschiedenen Orten das so liest, desto mehr, das ist wieder so Propaganda. Behandle Gegenstände Menschen lieb, Behandle Gegenstände Menschen lieb, und du siehst das überall. Ja, durch diese Beschallung, wie bei den Medien, kommt das dann vielleicht auch irgendwann in eine Handlung zum Tragen. Naja, auf jeden Fall habe ich ja noch kurz mit der Aufsicht gesprochen, das war ganz sympathisch. Da habe ich auf jeden Fall erfahren, dass eigentlich schulfremde Personen eigentlich gar nicht das Gebäude betreten dürfen. Da habe ich jetzt gerade noch irgendwie drüber gegrinst. Einmal kann ich es verstehen, wegen Sicherheit natürlich. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein böse Mensch rein möchte, kann er ja einfach reingehen. Ich konnte ja auch einfach reingehen, denn es ist ja nicht direkt irgendwie Ausweiskontrolle oder sowas, oder ob man Schüler ist. Das heißt, wenn jemand Böses rein möchte, kann er einfach reingehen. Also ich kann mir auch rein. Also da kann man so sagen, eigentlich darfst du nicht rein, eigentlich dürfen hier keine Fritten rein. Und dann, eigentlich darfst du auch keine Menschen vergewaltigen. Also wer was Böses im Schilder hat, der wird auch einfach da reingehen, denke ich so. Also das fand ich jetzt auch etwas seltsam tatsächlich. Aber die Lehrerin war sehr sympathisch. Ich habe gefragt, ob die Lehrerin ist ja dann Bildende Kunst, BK, dann noch, ich meine, das Verkochen. Und das dritte habe ich gerade vergessen. Aber bei Kunst, da habe ich mich gefreut, dass ich Abitur und Kunst gemacht hatte. Dann kam die Frage zurück, was machen Sie denn eigentlich? Und ich so, ja, ich bin auf Stoppsuche. Habe mein Studium angefangen, ich bin Bildungs- und Systemgegner. Und das ist dieses Zwangslernen und dann hat es ja auch jetzt, dass irgendwie viele auch nicht gerne herkommen und bloß, aber immerhin gerne hinkommen, weil sie da Freunde treffen. Da habe ich ja gesagt, ja, der Unterricht müsste halt spannender sein, interessanter sein. Ich glaube, die sozialen Medien machen halt eine große Konkurrenz dazu. Und hatte meine Idee halt geschildert, eigentlich müsste man die Schule mehr in die Realität einbetten. Also nicht so diese Realitätsferne, also dieses ganze Theoretische da, sondern zum Beispiel im Kunstunterricht könnte man ja Mülleimer designen für die Stadt. Also dass man praktisch kooperiert mit der Stadt. Also weil man, manchmal hört man ja auch irgendwie, dass sich keiner um die Städte kümmert, aber dass man künstlerisch zum Beispiel auch in der Stadt viel aufpimpen könnte. Und mit anderen Fächern, man könnte projekteübergreifend Projekte für die Stadt machen tatsächlich. Und dabei halt verschiedene Kompetenzen erwerben. Und das fand ich ja mal sehr gut bei der Hubertus-Sternberg-Schule in Wiesloch. Da hatten die dann Azubis, ich denke, dass man das auch auf andere Sachen übertragen kann. Es ist bloß auch eine Frage des Glaubens, ob das möglich ist. Also wenn man sagt, das ist alles nicht möglich, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Und da hatten die halt auch ein Geländer geschweißt und das kam dann in die Stadt. War nicht von Wiesloch. Also da sieht man auch wirklich diesen Sinn. Also dass der Sinn halt fehlt, auch beim Studium, finde ich, ist also dieses da hast du das Modul, da hast du das Modul, aber wo ist der Zusammenhang, wo führt das Sinn, mach das nicht, hinterfrag das nicht. Das ist frustrierend und das geht wahrscheinlich vielen so. Und ja, also wenn man das Gefühl hat, es macht Sinn, dann macht das auch wirklich Spaß. Macht das wahrscheinlich auch Spaß. Das ist wie mit der Arbeit auch und anderen Dingen. Und zu sagen, es ist einfach nur, du brauchst es für das Ab, später oder fürs Abi. Und deswegen musst du es jetzt lernen, das finde ich, es macht auch nicht wirklich gerade so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Ja, da habe ich doch von Daniel Jung erzählt, der auf YouTube Matheerklärvideos macht, fürs Mathe-Abi. Aber auch immer nur so, ja und dann hier bei einer Analysis, da kannst du das dann so und so und so machen und dann hast du das. Aber da fehlt mir auch der Realitätsbezug tatsächlich bei diesen Sachen. Und das geht wahrscheinlich anderen auch so. Es ist immer schön, wenn man irgendwie Sachen mit Beispielen hat, irgendwie wo kann ich das anbinden, was soll denn das Ganze und warum muss mich das interessieren, warum? Und ja, das war ganz nett und dann am Ende, ja gut, bin ich dann raus und ja, bin aber erstmal zufrieden. Das wollte ich aber kurz teilen. Habe ich noch was vergessen? Ja, ich habe auch gesagt, ich habe da auch ein Buch mit beigelegt, von wegen, dass das Lesen ja auch gut für den Wortschatz ist und sowas. Und dann habe ich gefragt, wie sie eigentlich so die sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten der Schüler einschätzt, weil ich auch öfter das Gefühl habe, ich erlebe auch, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein sprachlicher, erst mal ein sprachlicher Verfall. Und deswegen, weil viele nur noch so kurz sprechen und kurz schreiben, so ein Wort, ein kleiner Satz und einmal das und dann aber auch immer wieder die gleichen Sätze fallen, so. Also, dass immer die gleichen Sätze kommuniziert werden und deswegen einmal habe ich das Gefühl, es ist so ein einheitsbreiner Sprache, dass irgendwie Person A sagt den gleichen Satz und alle reden eben mit den gleichen Wörtern. Und ja, dabei finde ich geht dann auch die Vielfalt verloren. Also die Vielfalt und Schönheit der Sprache, auch das Poetische, das Poetische sehe ich aber durch die Wissenschaft bedroht. Einfach so dieses, dass man sich immer, dass die Leute versuchen perfekt eindeutig auszudrücken und Thomas Bauer hat das ja geschrieben in die Vereindeutung der Welt, die Ambiguitätstoleranz, dass die gefährdet ist. Das hat auch eine, das will ich mal kurz her, das hat auch eine Psychologin, eine Psychologin, ich hole mir mal eine Autorität zur Hilfe, das hat hier auch eine Psychologin, die Rebecca Reinhardt schon beschrieben. Wachdenken heißt hier Buch, Computerlogik nennt Reinhardt ein Denken, das sich nur an einfachen Alternativen, sozusagen an 0 und 1 orientiert. Genau. Ja, es ist ähnlich wie mit Thomas Bauer. Und jetzt bringe ich mal einen Cut hier.